Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot gegeben. Beim SPD-Mitgliedervotum Ende April kam dafür lediglich eine knappe Mehrheit von 54,3% zustande. Bundesarbeitsminister Heil hat im Jahr 2018 einen Posten in seinem Ressort an seinen Trauzeugen vergeben. Carsten Stender sei 2018 zum Abteilungsleiter für europäische und internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik anhand worden, teilte eine Sprecherin seines Ministeriums mit und bestätigte damit ein Gericht des Magazins der Spiegel. Die Tatsache, dass er vor rund 20 Jahren als Trauzeuge des SPD-Ministers fungiert habe, sei Ausdruck privater Freundschaft gewesen. Ausschlaggebend für die Ernennung Stenders zum Abteilungsleiter sei jedoch allein seine fachliche Expertise und sein politisches Vertrauensverhältnis zum Minister gewesen, wurde weiter betont. Ein Interessenskonflikt bestehe in keinerlei Weise.